Hallo Leute, ja es geht weiter und letztes Mal, äh, letztes Mal ist ja Dorifia gekommen und hat gesagt, oh, du hast mich nicht erkannt. Und deswegen probiere ich das nochmal aus. Und gucken wir mal. Diesmal sag ich das mal richtig und gucken wir mal, was dann passiert. Was ist das für eine Stimme? Dorifia. Freu dich. Was? Ähm, was zum Teufel war das jetzt? Warte, ist sie jetzt extra zu mir gekommen, um zu sagen, ich liebe dich? Oder was ist los? Achso. Ähm, ja. Also Dorifia hat gesagt, dass sie mich liebt. Warte, wie viel Mana habt? Ah, fick dich. Mann, ich brauch Mana. Nein, ich sag zu Mana, äh, MB. Warte, wieso ist das Sound so leise? Wartet mal. Spiel. Ähm, okay, das kann man nicht einstellen. Der Sound ist irgendwie leise. Warte, ich gehe erstmal zur Dorifia. Guck mal, was sie, warum sie das gesagt hat. Wieso hat sie das gesagt zu mir? Ich verstehe jetzt nicht. Ich will meine Erklärung von ihr wissen. Warte, jetzt haben wir einen gerettet. Aber, Uhr haben wir. Aber warum passiert das nicht bei den anderen? Okay, ich muss dann für alle das machen. So, so, so. Ey, Falde! Du bist es. Reden. Okay, da sagt nichts mehr. Reden. Dieses zu verdanken, das kann ja... Okay. Warte, erst machen wir bei ihm mal. Zu gucken, was er alles mag. Vielleicht gibt es da uns eine Mission oder so. Er mag Brillen. Okay, zeigen. Waffen. Schwert. Und Redus jetzt. Nee. Ach, scheiße, falsch. Und. Zeigen. Ah, leck mich. Boah. Okay. Was jetzt... Was soll ich jetzt machen? Es gibt nichts mehr, was ich alles eigentlich machen kann, außer Heave zu machen. Und diese ganzen Geister zu befreien. Das muss ich alles noch machen. Diesen Part und den nächsten Part, die wir bei Parten von Mono und sie alles fertig haben. Okay, ich gehe mal jetzt wieder schlafen. Vielleicht kommt dann was. Vielleicht auch nicht. Sehen wir mal. Vielleicht war es auch Zufall, dass sowas passiert ist. Warte, Rempo. Mit dem waren die auch lange unterwegs, deswegen... Ähm... Ja. Ich will mal Rempo wiedersehen. Mit dem waren wir am längsten. Vielleicht passiert dann jetzt was. Oh, ein Update ist gekommen. Seht ihr das nicht? Zu Glück. Also, ich gehe wieder pennen. Also, ich gehe wieder pennen. Und was kommt jetzt? Nein, nein, nein. Okay, es kommt nichts. Oh, nicht dahin, kein Bock. Also, jetzt sind alle in Kalaila. Ich muss trotzdem noch meine Waffe... Ich muss MB sammeln. Ah, manu, 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 Okay. So, so, ist tot. Okay, super. Jetzt kriege ich ein Mander dafür, dass er gestorben ist. Und doppelt, und doppelt, gemoppelt, ja, beide tot. Dass ich die Stärke meines Schwert ist. Ach, komm. Komm noch mal hoch mit dir. Jetzt bist du tot. So, super. Ich mach auf Maximum. Und dann geh ich wieder zu Heave. Und dann gucken wir mal, was er zu sagen hat. Super. So, so. So, danke. Nochmal, und nochmal, und Dankeschön. So, und so, und da-da. Hier kann man echt nicht so viel sagen, weil, ach, du bist auch ein dummer Fettsack. Ja, weg mit dir. Schwachkopf. Okay, wir haben das erledigt. Jetzt haben wir genügend Mana. Oder Mystik-Punkte. So ist es denn die, oder? Keine Ahnung mehr. Gucken wir mal. Aber wieso ist jetzt der In-Game-Zone so leise? Ach. Hier, hier, ha. Okay, jetzt haben wir eigentlich alles erledigt. Können eigentlich nichts mehr machen. Und jetzt gehen wir einmal mal zu Heave. Und fragen wir mal, warum bist du so Depri? So. Und so. Wartet mal kurz. Okay, es geht weiter. Ähm, gerade Schwerter-Schilder. Eine Hütte habe ich bisher nicht mal einmal gesehen. Oder gehabt. Oder Hüte? Meinen die Hüte? Hm. Waffen. Gerade Schwertemacker, ja. Hier. Ich weiß. Okay. Zeigen. Zubehör. Hüfte. Nein. Objekte. Ach, fick dich ins Knie. Äh. Brust. Er mochte ja Brustplatten. Ich weiß. Oh, nein. Zeigen. Ach, was macht der wieder? Ach, fick dich. Rede nicht mit mir. So. Was macht der noch? Schilde, Hüte, Helme. Okay. Zeigen. Waffen. Schilde. Ich weiß. Ah, jetzt kommt was. Turnier? Das ändert mich an. Also, vor zehn Jahren. Beim letzten Turnier war ich der Champion. Ich war damals sehr jung. Ich konnte nicht anders, als die Fertigkeit meiner Schule testen zu wollen. Weil mein Kampfstil war ein Geheimnis. Ich hätte ihn nicht vorzeigen sollen. Deshalb verbarg ich mein Gesicht und nahm incognito daran teil. Schließlich gewann ich. Die vier Schulmeister waren beeindruckt. Aha. Aber das hatte zwei schlimme Folgen. Erste folgen mir die vier Meister, die wir verloren hatten. Hartnäckig überall hin. Sagusta war der Hartnäckigste von einem. Zweitens gab ich letztendlich meinen Kampfstil preis, dessen Geheimnis seit tausend Jahren gehütet worden war. Dieser Kampfstil darf nur den Außerwitten gezeigt werden. Ich hatte das vergessen und verwirkte so mein Gerecht als Nachfolger der Schule. Und scheiß Mücke! Ach, zu Tode geklatscht. Super! Und ich hob nie wieder meine Forst. Dann sah ich meinen Hoffnungsschimmer und beschloss, die Chance zu nutzen. Ich hätt begriff, dass es an der Zeit war, meine Kampfstil wieder aufzugreifen. Das war alles für dich, Roxas. Wollen wir sehen, was du tun kannst. Ähm, ja? Ah, scheiße, was hab ich da gemacht? Zeigen. Und die Mücke ist endlich tot. Verdammt nochmal tot. Kopf. Ich weiß. Oh. Zeigen. Zubehör. Kopf. Ah, wie viel soll ich denn noch zeigen? Ja. Okay. Zeigen. Okay, ich kann nichts mehr zeigen. Also, wir sehen uns gleich wieder. Okay, ich hab das jetzt gemacht. Und jetzt gehen wir einmal mal zu Gustav, um zu gucken, was er jetzt dazu sagt. Dass sie Hilfe getroffen haben. Reden. Okay, da sagt nichts dazu. Okay. Weil sein Problem müsst ihr auch noch lösen. Von Heave. Und ich will alle Geister, äh, ihre Siegeln brechen. Aber wieso kam das nur von Ua? Ähm. Ach, scheiße. So. Und gucken wir, was er macht, was er wieder mochte. Brustplatten, gerade Schwerter. Okay. Zeigen. Waffen. Schwerter. Das war gerade. Er nimmt es einfach, okay. Ah, es kommt. Danke, dass du vorbeikommst, Roxas. Ähm. Schau mich nicht so an. Ich hab eine besondere Bitte an dich. Es geht um Prinz Faldo. Er ist sehr schwach geworden, nachdem er seinen Körper für so lange verloren hatte. Ich will ihm helfen, aber dazu brauche ich ein geheimes Elixier. Und ich weiß nicht, wo man am besten ein Elixier finden kann. Ich könnte schwören, dass ich es schon einmal irgendwo in Ruhrn gesehen habe. Bitte. Kannst du bitte dieses Elixier besorgen? Und es mir geben? Und wo soll dieses Elixier sein, du Fettkopf? Ey, Mann. Ey, willst du mich jetzt irgendwie verarschen? Wo ist das Elixier? In Ruhrn, aber wo? Warte, beim Baum? Achso, ach nein. Boah. Okay, hier ist es nicht. Und hier vielleicht? Ähm, ja. Okay. Was war das jetzt wieder? War das jetzt... War das nicht so... Achso, Heldenhut. Ja. Mann, wo ist jetzt der verdammte Hut? Äh, ich sag so Hut. Boah. Ja, lach dich kaputt hier. Mann, wo ist jetzt das scheiß Elixier? Ja, in Ruhrn gesehen, aber wo? Dieser Fettkopf nervt voll. Ähm, achso. Achso, okay, okay. Ach, Mann. Wo ist das? Muss ich extra im Internet nachgucken, wo das ist oder wie? Und? Ne, kein Bock auf dich. Ähm, ja. Aber wo ist jetzt die verfickte Tafel? Die muss ich doch... Oder habe ich die längst schon? Nein, das kann nicht sein, dass ich die längst habe. Okay. Okay, wo zum Teufel ist jetzt die Tafel? Mann, wo ist die Tafel? Warte, reden wir nochmal mit ihm. Dass ich einmal irgendwo in Ruhrn gesehen habe. Ja, in Ruhrn, aber... Mann, ich mag dich nicht. Warte, was ist da oben? Achso, das haben wir mal untersucht. So. Ähm... Goldener Keks? Hör zu einer Voodoo-Puppe. Okay. Sei gegrüßt. Reden. Aroxas. Die Stadt ist wieder hergestellt. Wir wissen alle, dass wir deiner Tapferkeit im Kampf zu verdanken haben. Aber die Wunden sind noch nicht verheilt. Selbst wenn die Gebäude repariert sind, sind die Herzen der Menschen immer noch gezeichnet. Ich bin der Bürgermeister dieser Stadt. Es gibt vieles, was ich tun muss. Bin ich der Aufgabe wirklich gewachsen? Wenn jetzt zu einer Schlacht käme, wäre ich völlig machtlos. Ich fühle mich so hilflos. Vielleicht habe ich den falschen Lebensweg gewählt. Ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Seifs. Ähm... Ja? Und was soll ich jetzt dagegen machen? Reden. Okay. Was, mein Vater ist krank vor Sorge? Aha. Sieht aus, als... Sieht aus, dass ich angreifen muss. Das ist nicht das erste Mal. Mein Vater ist ein Perfektionist. Er macht sich also schlimme Vorwürfe. Ohu. Komm, lass uns gehen. Und wohin? Aha. Okay, der ist wirklich ein Perfektionist. Vater? Sylvie, was ist hier los? Warum sind alle hier? Oh, große Big-Family-Versammlung und so. Aber erst im nächsten Part. Tschüss. Also. Also, wer along.